Sie sind hier, 17. August 2018, 17.50 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, zwei Minuten vergrößern, verkleinern, Lionel Messi machte bisher 127 Länderspiele für Argentinien Urheberrecht, Getty Images, Lionel Messi wird auf eigenen Wunsch in nächster Zeit im argentinischen Nationalteam kürzer treten. Bereits bei den nächsten Länderspielen fehlt der Superstar. Der fünfmalige Weltfußballer Lionel Messi, 31, nimmt sich eine kleine Auszeit von der argentinischen Nationalmannschaft. Laut argentinischer Medien habe der neue Kapitän des FC Barcelona Interim-Coach Lionel Scaloni gebeten, für die vier restlichen Testspiele des Jahres nicht berufen zu werden. In den Länderspielen gegen Guatemala am 7. September in Los Angeles und vier Tage später gegen Kolumbien in New Jersey verzichtet Scaloni neben Messi auch auf Sergio Aguero, Manchester City, Angel de Maria, Paris Saint-Germain und Gonzalo Higuain, AC Mailand. Dafür berief er Santiago Ascaciba von Bundesligist VfB Stuttgart. Der einundzwanzig Jahre alte Mittelfeldspieler hat noch kein Länderspiel bestritten. Der zweimalige Weltmeister Argentinien war bei der WM in Russland im Achtelfinale am späteren Titelträger Frankreich 3 zu 4 gescheitert. Ex-Nationalspieler Scaloni lüste danach Nationaltrainer Jorge Sampaoli ab. Scaloni übernahm die Aufgabe bis Jahresende von Sportinformationsdienst. Ausgleichen 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 Ausgleichen